Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nugugumada, dem Podcast, der dir Dresden-Elbland von einer ganz neuen Seite zeigt. Ich bin Henriette Figrützner und heute nehme ich dich wieder mit auf eine faszinierende Reise, dieses Mal in die Welt der Papierrestaurierung. Und wir haben wie in jeder Folge einen besonderen Gast, nämlich Johanna Ziegler, Leiterin der Papierrestaurierung am Kupferstichkabinett Dresden. Hallo Johanna. Hallo Henriette. Johanna, nicht jeder, der uns jetzt hört, kennt ja Dresden schon. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, wo genau das Kupferstichkabinett ist. Das Kupferstichkabinett ist im Residenzschloss, also im historischen Stadtkern von Dresden, hier direkt an der Elbe und in der Nähe vom Zwinger und der Semperoper. Und da ist zum Beispiel auch das Grüne Gewölbe im Residenzschloss und wir sind hier auch dabei. Also wir sind mitten in der Dresdner Altstadt und ich weiß nicht, ob man es hört. Das heilt ein bisschen, weil wir sind in deinem Büro und das war für mich die größte Überraschung, weil in meiner Fantasie bist du natürlich im Kittel, stehst in einer Werkstatt, restaurierst dort eben die Fotografien oder eben die Zeichnungen. Und du hast mir auch schon ein bisschen was gezeigt. Wir sind einmal durchs Labor gegangen, was wirklich phänomenal aussieht, so ein bisschen futuristisch. Und dann waren wir in deiner Werkstatt, aber da ist die Klimaanlage so laut und da arbeiten auch natürlich noch viele andere Leute. Deswegen sind wir jetzt hier in deinem Büro und das ist wahnsinnig schön. Ich muss das mal kurz beschreiben, weil die uns zuhören können, es natürlich nicht sehen. Es ist ein wundervoller Ausblick auf die Altstadt und dann ist oben so eine Kuppel. Also ich kann mir vorstellen, hier arbeitet es sich gut. Auf jeden Fall. Also wir sind hier in einem Turmzimmer am Schloss und natürlich ist das hier ein besonders schöner Ort, auch jeden Tag herzukommen und zu arbeiten. Und trotzdem, Büro habe ich nicht vermutet. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Genau, man stellt sich das immer so vor, dass wir in der Restaurierung eigentlich die ganze Zeit am Objekt arbeiten, am Arbeitstisch. Aber eigentlich ist das so die Hälfte der Arbeit ungefähr. Und die andere Hälfte haben wir auch viele Aufgaben, die wir am Rechner erledigen. Und deswegen gibt es hier eben auch ein Büro. Wir haben organisatorische Aufgaben in der Vorbereitung von Ausstellungen zum Beispiel, bereiten Transporte vor, tragen auch Sachen in die Datenbanken ein, schreiben vielleicht mal einen Fachartikel, bereiten Vorträge vor. Also sowas gehört eben auch zu unseren Aufgaben dazu. Also es klingt total vielfältig und alles andere als langweilig. Aber wenn du am Objekt arbeitest, da wollen wir natürlich unbedingt drüber sprechen. Du hast mir vorhin schon ein paar Werke gezeigt und ich bin immer noch ganz aufgeregt, Kaspar David Friedrich zum Beispiel so nah zu sehen. Das ist natürlich unglaublich. Aber du bist gut ausgebildet. Du weißt, was du da tust. Ich hatte kurz so gedacht, hoffentlich niesig jetzt nicht. Hoffentlich passiert nichts. Jetzt bist du ja wirklich noch eine junge Frau. Trotzdem arbeitest du mit jahrhundertealten Schätzen. Woher kam bei dir diese Begeisterung und Leidenschaft und auch speziell mit Papier zu arbeiten? Also ich habe mich schon immer für alte Sachen so generell begeistert, mochte immer alte Möbel anzuschauen bei meinen Großeltern. Und mein Großvater, der auch selber Buchdrucker war, hat auch immer hobbymäßig, also nicht professionell, aber hobbymäßig alte Bücher repariert für Leute aus dem Dorf. Und da habe ich immer zugeschaut und auch ein bisschen mitgemacht und habe mich da eben schon sehr dafür begeistert. Und mein erstes Praktikum war dann auch in der Gemälderestaurierung. Aber ich habe mich dann eben nochmal umentschieden, weil ich die Papierobjekte dann doch irgendwie charmanter fand und irgendwie als Material spannender. Und wenn man mit Papier arbeitet oder überhaupt in die Restaurierung geht, welche Eigenschaften bräuchte man für den Beruf? Also man muss natürlich geduldig sein und eine ruhige Hand haben, aber man muss sich eben auch viel für die Hintergründe interessieren. Also sowohl die naturwissenschaftlichen als auch die kunsthistorischen Hintergründe und auch ein bisschen Interesse daran haben, organisatorische Aufgaben zu übernehmen. Aber diese Vielfalt ist eigentlich das, was es so für mich einen perfekten Beruf macht. Deswegen hinter dir sind auch unglaublich viele Bücher, auch alte Bücher sehe ich, aber da geht es wahrscheinlich eben auch um die Künstler, um die Maler dann. Genau, also wir haben hier in unserem Büro auch unsere Handbibliothek, wo unsere ganze Fachliteratur ist. Und das geht wirklich vom chemischen Aufbau der Zellulose, aus der das Papier ist, bis hin zu kunsthistorischen Büchern, über Zeichnungen, über die Materialien, über Drucktechniken. Da ist so alles dabei. Wenn du an so einem Werk arbeitest, du hast mir ja gerade zum Beispiel verschiedene gezeigt. Wie gehst du dann vor? Guckst du das an und überlegst, ja, da ist zum Beispiel eine Ecke, die ist geknickt oder da ist ein Riss. Was genau machst du? Wie sieht deine Arbeit aus? Genau, also meistens geht es erstmal darum, festzustellen, wofür wir die Restaurierung machen. Und da arbeiten wir immer sehr eng mit unseren Kunsthistorikern zusammen. Ist das zum Beispiel für eine Ausstellung vorgesehen? Soll man zum Beispiel einen Fleck entfernen, weil das Auge sofort dahin wandert? Man kann sich gar nicht mehr auf die Darstellung konzentrieren oder ist es ein Fleck, der zum Beispiel auf eine Funktion hinweist und da deswegen wichtig ist und gerade nicht entfernt werden soll? Und da entscheiden wir das zusammen mit den Kunsthistorikern. Und dann fange ich an zu überlegen, wie ich die Aufgabe am besten erfüllen kann und muss dann meistens erstmal ein paar Untersuchungen machen, um so die richtigen Methoden rauszufinden. Johanna, bevor du uns gleich verrätst, wer dein Lieblingskünstler ist, habe ich für alle zu Hause, die uns hören, noch eine kleine Quizfrage. Und zwar, du arbeitest ja an verschiedenen Werken, die sind ja auch unterschiedlich groß. Und gleich kommt die Rubrik Kurioses und da reden wir darüber, welches ist, war oder wird das größte Werk sein, an dem du jemals gearbeitet hast? Und Sie können ja schon mal miträtseln, ist es entweder ein Meter, fünf Meter oder sogar 100 Meter? Das klären wir gleich. Vorher die Frage an dich, Johanna, wer ist dein Lieblingskünstler? Eigentlich sind meine Lieblingskünstler immer die, an denen man gerade intensiv arbeitet, weil man lernt dann immer neue Aspekte kennen. Man vertieft sich so rein, womit der Künstler gearbeitet hat. Und das kann auch manchmal ein ganz Unbekannter sein, mit dem man vorher noch nie was zu tun hatte oder noch nie was davon gehört hat. Und das wird dann plötzlich total interessant. Dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, woran arbeitest du gerade? Gerade befinden wir uns in der Vorbereitung von unserer großen Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung, die ja Ende August eröffnet dieses Jahr. Genau, am 24. August. Zum 250. Geburtstag von Kaspar-David-Friedrich. Und das werden ja quasi zwei Sonderausstellungen sein? Also es ist genau genommen eine Sonderausstellung an zwei Orten. Der eine Teil findet im Albertinum statt. Da geht es hauptsächlich um die Gemälde von Friedrich. Und hier bei uns am Kupferstichkabinett konzentrieren wir uns auf die Zeichnung. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Du hast mir zwei Werke von Kaspar-David-Friedrich gezeigt, zwei Zeichnungen. Und für mich war das super aufregend, so dicht dran zu sein, ohne Glasscheibe dazwischen. Wie ist es für dich, wenn du an solchen bedeutenden Werken arbeitest? Bist du da ehrfürchtig aufgeregt? Wie ist das? Natürlich weiß man das immer sehr zu schätzen, wenn man so nah an die Kunstwerke drankommt und damit arbeiten kann. Aber ich glaube, für die Leute ist es immer ein bisschen enttäuschend zu erfahren, dass wir in der Restaurierung dann doch oft eher nüchtern dran gehen. Was aber ja daran liegt, dass wir das einfach gelernt haben. Wir sind sehr spezialisiert ausgebildet, eben an diesen Kunstwerken zu arbeiten. Und ich vergleiche das dann immer damit, dass man ja auch nicht wollen würde, wenn man im Krankenhaus ist und wird operiert, dass der Chirurg dann total aufgeregt ist. Man erwartet auch, dass der das einfach kann. Ja. Und so ist es bei uns eben auch. Ich will gerade, weil du sagst Krankenhaus, vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie deine Werkzeuge aussehen. Hast du mir auch gezeigt, Skalpell, Skalpell, Skalpell und dann irgendwie noch andere. Aber es sieht wirklich ein bisschen aus wie am OP-Tisch. Genau. Also wir bedienen uns auch wirklich an Zahnarztinstrumenten und Ähnlichem, die einfach gut geeignet sind. Aber auch Werkzeuge, die zum Beispiel aus der Buchbinderei kommen, wie zum Beispiel Falzbeine. Und manchmal findet man in irgendeinem Laden plötzlich was. Das kann ich ja total gut dafür gebrauchen. Und das ist eigentlich für irgendwas total anderes immer hergestellt worden. Und deswegen ist das eigentlich so bunt zusammengewürfelt bei uns. Trägst du Handschuhe, wenn du arbeitest? Normalerweise nicht. Bei uns ist eher regelmäßiges Händewaschen angesagt, weil man mit Handschuhen ja viel weniger Gefühl auch in den Fingern hat. Das passiert eher, wenn man zum Beispiel an Fotografien arbeitet, die eine sehr empfindliche Oberfläche haben, wo man sofort Fingerabdrücke drauf bekommt. Da würde man dann mit Handschuhen arbeiten, wenn man auf der Vorderseite hantiert. Aber normalerweise eher nicht. Und weil wir gerade über Kaspar David Friedrich gesprochen haben, wie viele Werke von ihm hast du schon restauriert? Also wir haben hier in der Sammlung insgesamt 70 Zeichnungen von ihm. Da ist auch ein komplettes Skizzenbuch von ihm dabei. Und die sind alle in der Vorbereitung jetzt durch meine Hände gegangen, wobei die wirklich in sehr gutem Zustand waren. Also da waren nur ganz wenige Restaurierungsarbeiten wirklich zu machen, mal ein bisschen glätten, wenn dadurch eine Verklebung, die auf der Rückseite früher mal war, Spannung ins Papier gekommen ist. Oder wir haben zum Beispiel auch für einige neue Passepartouts angefertigt, damit die eben ja für die Ausstellung wieder richtig schön präsentiert werden können. Und wenn du jetzt so tief reintauchst und diese Werke von ihm der anguckst, du hast gesagt, es war nicht so viel zu machen. Trotzdem hast du die ja untersucht. Was hast du da für Methoden, für Möglichkeiten? Und natürlich hast du irgendwas entdeckt, was vorher noch niemand entdeckt hat. Also wir versuchen auch für die Ausstellung den Besuchern so ein Bild zu vermitteln, wie das eigentlich damals aussah. Wie kann man sich das vorstellen? Womit hat Kaspar David Friedrich eigentlich gearbeitet? Und dafür ist es nötig, erst mal die Zeichnung wirklich zu untersuchen, welche Materialien da zu finden sind. Und da arbeiten wir mit ganz verschiedenen Methoden, zum Beispiel mit einem Mikroskop. Wir schauen uns alles ganz genau unter einer Vergrößerung an. Wir schauen uns die Sachen zum Beispiel im Durchlicht an, um zu sehen, wie die Papierstruktur ist, wo irgendwie dünnere Stellen sind oder so. Was für ein Licht? Durchlicht. Also man legt die Zeichnung auf den Tisch, der von unten beleuchtet ist und kann dann durchs Papier durchschauen quasi. Also man sieht dann, wie dick das Papier zum Beispiel ist, ob das ein Wasserzeichen hat, ob es da dünnere Stellen gibt, was für die Restaurierung dann relevant ist, wenn man da besonders aufpassen muss. Aber auch, es kommen auch andere strahlendiagnostische Methoden zum Einsatz, nenne ich es mal. Also zum Beispiel beleuchten wir die Zeichnungen mit UV- und Infrarotlicht und machen dann Fotos. Und da kann man dann zum Beispiel Unterzeichnungen sichtbar machen. Hast du was im Infrarotbereich? Ja, also man kann bei Friedrich meistens schon mit bloßem Auge die Bleistiftunterzeichnungen sehen, zum Beispiel bei der einen Sepia-Zeichnung, die ich dir auch gezeigt habe. Aber mit einem Infrarotbild, da verschwindet dann diese Sepia-Tinte optisch und man hat richtig deutlich diese Unterzeichnungen, die man dann getrennt davon nochmal betrachten kann. Und was für unsere Kunsthistoriker dann immer interessant ist, um richtig den Strich sich genauer anzuschauen. Und hast du bei ihm entdeckt, also hat er mit, ich kenne mich nicht so gut aus, hat er mit Bleistift gearbeitet oder mit Tinte oder wie würdest du das beschreiben? Was hast du herausgefunden? Also wir haben in unserer Sammlung verschiedene Zeichnungen mit Bleistift, mit Feder und Tinte, mit Pinsel. Besonders interessant waren für uns die Bleistiftzeichnungen, weil auch da gerade zu der Zeit so ein Umbruch stattfand. Man hat vorher eigentlich mit richtig so Grafittstücken gearbeitet, die man sich in eine Halterung gesteckt hat und damit gezeichnet hat. Und erst dann wurde der Bleistift erfunden, wie wir den heute kennen, in dieser Holzhülse. Kam ebenfalls aus England und die wurden auch nach Deutschland importiert. Und wir sind da gerade noch dabei, zu versuchen herauszufinden, was für Bleistifte zu der Zeit eigentlich in Dresden erhältlich waren. Also konnte Friedrich englische Bleistifte hier einfach kaufen, hat er deutsche Bleistifte gekauft, wo man die englischen imitiert hat, die aber nicht von so guter Qualität sind. Und in unseren Mikroskopaufnahmen sieht man da tatsächlich, dass er eben Bleistifte mit unterschiedlicher Qualität zur Verfügung hatte und wo man eben auch davon ausgehen kann, dass er da mit verschiedenen Materialien experimentiert hat. Hast du ein Lieblingswerk von ihm, was in der Sonderausstellung aushängen wird oder was man bei euch auch einsehen kann? Eine meiner Lieblingszeichnungen ist auf jeden Fall eine Zeichnung, die Friedrich auf Rügen angefertigt hat. Und die ist deswegen meine Lieblingszeichnung, weil sie eigentlich total unscheinbar erstmal ist. Also von Weitem, wenn man in der Ausstellung vorbeiläuft, könnte man wahrscheinlich denken, dass es einfach nur ein leeres Blatt Papier ist, weil wirklich sehr viel freigelassen ist und nur mit ganz wenigen Federstrichen so eine Küstenlinie auf Rügen dargestellt ist. Ist das das, was du mir gezeigt hast? Dieses Bild? Nee, ein anderes. Ein anderes. Ah, da ist es. Du hast ein Foto mitgebracht. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Da sieht man erstmal wirklich fast gar nichts und muss sich wahrscheinlich wirklich die Zeit nehmen, sich da hinzustellen und einzutauschen. Genau. Und kann dann aber auch wirklich einzelne kleine Bäume und Büsche sehen, die er wirklich mit ganz wenigen Federstrichen so gut hinbekommen hat. Und ich war letztes Jahr selber zum ersten Mal auf Rügen. Und da wurde mir auch klar, wie gut dort eigentlich auch, auf dieser Zeichnung die Landschaft so rüberkommt. Was würdest du sagen, ist das auch das, was ihn für dich besonders macht, dass er die Natur so authentisch und trotzdem mit so viel Gefühl und Stimmung auf Papier bringen konnte? Oder was macht ihn für dich anders und besonders? Auf jeden Fall. Also man sieht in den Zeichnungen wirklich, dass er sich sehr auf die Dinge, die er in der Natur gesehen hat, konzentriert hat. Und er hat das sehr mit bedacht. Also er hat dann genau den Baum oder genau die Baumwurzel gezeichnet und wirklich teilweise aus mehreren Perspektiven. Das sieht man in unserem Skizzenbuch von ihm sehr gut. Oder hat sich genau auf einen Bereich dann konzentriert und das wirklich ganz genau sich vorgenommen. Und hat das ja auch in seinen Schriften teilweise beschrieben, dass ihm das besonders wichtig ist, dass man der Natur getreu bleibt. Ich finde auch ganz schön, wenn man jetzt hier sich die Werke bei euch anschaut oder im Albertinum, gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, wie man Caspar David Friedrich, wie soll ich sagen, auch besonders nahe kommen kann. Es gibt ja diesen Malerweg. Genau. Also im Elbsandsteingebirge gibt es den sogenannten Malerweg. Das ist ein Wanderweg, der bei Pirna beginnt und endet. Und in mehreren Etappen von teilweise, ich glaube, acht bis elf Kilometern kann man den eben abgehen. Ich glaube, es sind acht Etappen. Genau. Also man kann es nicht an einem Tag schaffen, dafür ist es zu weit. Und dort sind eben die ganzen Schauplätze, wo Caspar David Friedrich, aber auch andere Maler der Romantik, zum Beispiel Ludwig Richter, ihre Motive gefunden haben. Also ich finde das total spannend. Ich habe dir ja vorhin ein bisschen über die Schulter geschaut. Da hast du mir auch mal gezeigt, wenn so ein Riss im Bild ist, was ihr dann macht. Ihr habt da so einen speziellen Kleber oder Kleister? Wir benutzen ganz oft Weizenstärke-Kleister. Das ist ein ganz traditioneller Klebstoff, der seit Jahrhunderten verwendet wird. Deswegen weiß man eben auch, dass der sich nicht im Alter verfärbt oder so oder auf das Papier schlechte Eigenschaften übertragen könnte. Und den kocht ihr selber? Genau, wir kochen den selber. Also es ist wirklich Weizenstärke, wie man die auch zum Kochen verwenden könnte. Und das wird immer frisch gekocht bei uns jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem. Und wenn ihr dann diesen Kleister nehmt, dann macht ihr da ganz vorsichtig, habe ich gesehen, gibt es auch noch so japanisches Papier und damit verbindet ihr quasi den Riss? Ja, wir arbeiten sehr viel mit Materialien und Techniken aus Japan tatsächlich, die man dann in der westlichen Papierrestaurierung adaptiert und irgendwie für sich anpasst. Und das Japan-Papier ist besonders gut geeignet, weil das ganz dünn ist, aber dabei ganz lange Fasern hat und dadurch total stabil ist. Und so kann man eben einen Riss hinterlegen und stabilisieren, ohne dass man wirklich so ein dickes Papier nochmal zusätzlich hinten aufbringt. Johanna, gleich kommt die Rubrik Kurioses, wo wir auflösen werden, wie groß das größte Werk ist, an dem du jemals gearbeitet hast oder arbeiten wirst. Vorher habe ich noch eine kuriose Zahl und zwar am 5.09.2024 an dem Geburtstag von Kaspar David Friedrich. Da wird es eine Stadtwette geben. Dresden gegen Greifswald. Das Duell der Romantiker. Welche Stadt wird die meisten im Stil der Romantik verkleideten Menschen versammeln können? In Dresden wird es hier auf dem Neumarkt sein. Was denkst du, welche Stadt gewinnt? Natürlich glaube ich, dass Dresden gewinnt. Ich werde bestimmt auch mal dazukommen und da bin ich mal gespannt, wie viele Leute wir wirklich zusammenbekommen. Und jetzt bin ich vor allem gespannt. Du wirst uns nämlich jetzt verraten, welches Werk und vor allem auch wie groß war das größte Werk, an dem du jemals gearbeitet hast oder arbeiten wirst. Wir hatten ja drei Zahlen zum Mitraten gegeben. Ein Meter, fünf Meter oder hundert Meter. Unser größtes Werk in unserer Sammlung ist tatsächlich ganze hundert Meter lang und zwar ist das die Vorzeichnung für den Fürstenzug. Also das große Wandbild, das draußen in der Altstadt am Stallhof außen dran zu sehen ist mit dem langen Reiterzug. Und wir haben dazu eine eins zu eins Vorzeichnung und die ist wirklich genauso lang wie auch der echte Fürstenzug. Aber das hängt noch nicht aus bei euch? Nee, das hängt nicht aus. Besteht auch aus verschiedenen Einzelteilen, die bis zu elf Meter lang sind und ist eingerollt und liegt in Kisten in unserem Depot. Einzelteile von elf Metern, allein das ist ja schon Wahnsinn. Habt ihr das schon mal ausgerollt? Habt ihr euch angeguckt, in welchem Zustand das ist? Tatsächlich haben wir es im Februar dieses Jahr zum ersten Mal seit ungefähr 40 Jahren ausgerollt und da konnte man natürlich auch den Zustand begutachten. Und? Ja, also viel zu tun. Es ist ein bisschen was zu tun. Es soll auch 2025 in der Ausstellung gezeigt werden, zusammen mit einem Werk von William Kentridge. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun und sind da gerade dabei, die ganze Restaurierung zu planen. Jetzt habe ich deine Werkstatt gesehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Elf Meter, das passt ja nie und nimmer auf deinen Werktisch. Wie wollt ihr das machen? Natürlich ist elf Meter mal vier Meter viel zu groß, um das in unserer Werkstatt zu bearbeiten. Das heißt, wir suchen uns da einen anderen Raum, einen größeren Raum, wo wir die Restaurierung durchführen können und müssen uns dafür zum Beispiel auch einen speziellen Tisch bauen lassen, auf dem wir das überhaupt bearbeiten können. Spannend. Du bist ja nicht aus Dresden. Du bist 2017 nach Dresden gezogen. Was war so dein erster Eindruck von Dresden? Ich finde Dresden total vielfältig. Ich hatte natürlich zuerst hier ein Vorstellungsgespräch im Residenzschloss, habe die Altstadt gesehen. Ich war vorher, glaube ich, nur einmal mal in Dresden gewesen und bin dann natürlich aber auch auf Wohnungssuche gegangen, bin in die Neustadt gezogen, die einen ganz anderen Eindruck macht. Also man hat hier in der Altstadt die ganzen alten Gebäude oder die wieder aufgebaut sind, die Frauenkirche, den Zwinger und so weiter und die ganzen Museen. Und dann in der Neustadt wirklich so eine lebendige Kneipenkultur und kleine Cafés und Läden und das hat mir sofort echt gut gefallen. Und wenn du Feierabend hast, gehst du dann lieber in der Altstadt was essen oder in der Neustadt? Meistens in der Neustadt. Und wo? Hast du einen Tipp? Am liebsten gehe ich essen bei Saporri d'Italia. Das ist eine ganz kleine Pizzeria in der Luisenstraße und da gibt es meiner Meinung nach die beste Pizza der Stadt. Das klingt sehr gut. Jetzt hast du gesagt, du hast dich für Dresden entschieden. Hast dich hier beworben. Ich weiß aber von dir, dass du vorher auch schon in New York ein Jahr gearbeitet hast. Wirklich am Metropolitan Museum. An verschiedenen Objekten. An welchen hast du da gearbeitet? Also wirklich ganz unterschiedliche Objekte. Die haben ja dort auch eine riesige grafische Sammlung. Mein Lieblingsobjekt, an dem ich gearbeitet habe, war ein Pastell von Renoir, das ich neu montiert habe für eine Ausstellung. Wahnsinn. Und wie kann ich mir das vorstellen, in New York zu arbeiten und in Dresden? Wie ist da so der Unterschied in der Arbeitsweise? Die Arbeitsweise ist tatsächlich sehr ähnlich, dadurch, dass auch die Ausbildung der Restauratoren sehr ähnlich ist. Und da habe ich wirklich sehr viel wiedergefunden, was ich hier auch gelernt habe in Deutschland, in meinem Studium und in meiner Arbeit. Dort gibt es halt ein paar mehr Leute, weil es einfach ein größeres Haus ist. Aber ansonsten war das wirklich sehr ähnlich. Trotzdem bist du von New York dann nach Dresden gekommen. Warum hast du dich für Dresden entschieden? Das Kupferstichkabinett in Dresden ist wirklich eine der bedeutendsten Sammlungen für Kunst auf Papier weltweit. Und mit 500.000 Objekten ungefähr vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wirklich eine Riesensammlung mit einer hohen künstlerischen Qualität. Und als dann hier eine Stelle ausgeschrieben war, war es für mich eigentlich klar, dass ich mich hier bewerben muss. Ja, und schön, dass es geklappt hat, dass du hier gelandet bist. Und trotzdem fliegst du immer mal wieder noch nach New York. Und da gibt es ja nächstes Jahr, also 25, auch eine große Kasper David Friedrich Retrospektive im Metropolitan Museum. Bist du da auch in irgendeiner Form mit eingebunden? Ja, wir werden dort auch sechs Leihgaben haben, also sechs unserer Zeichnungen werden dort zu sehen sein. Und da bin ich auch in der Vorbereitung mit beschäftigt und mache zum Beispiel Zustandsprotokolle, wo man dann den Zustand festhält und man dann nach dem Transport wieder überprüfen kann, ob die keinen Schaden genommen haben und sowas. Das heißt, Werke hier aus dem Kupferstichkabinett werden dann auch in New York zu sehen sein? Genau. Johanna, dann lass uns mal in die Rubrik springen, der halbe Satz. Ich werde dir einen Anfangssatz vorgeben und du kannst ihn ganz nach Belieben beenden. Und der erste Satz wäre, wenn Museum in Dresden, dann? Sollte man auf jeden Fall mal ins japanische Palais schauen. Das ist auf der anderen Elbseite drüben und dort gibt es immer ganz viele experimentelle Ausstellungen. Zum Beispiel ab 1. Juni ist wieder die Kinderbiennale, wo wirklich ganz viele Kunstwerke zum Mitmachen und zum Anfassen für die Kinder sind und mit Workshops und allen möglichen Veranstaltungen. Das sollte man... Um es nochmal zu erklären, so zeitgenössische Kunst für Kinder. Ich glaube auch Design kann man dort, selber irgendwas designen, Kleidung. Es gibt dort eine Fair Fashion Factory und dort kann man unter Anleitung von Schneiderinnen alte Klamotten wieder aufwerten und umnähen. Das gibt es dort auch im japanischen Palais, genau. Und also wenn ich mich irre, dann sag mir das, aber ich glaube japanisches Palais, da war doch auch bis jetzt interimsmäßig das Archiv der Avantgarden. Genau. Das zieht aber jetzt um, eigentlich in direkte Nachbarschaft ins Blockhaus, das dafür aufwendig renoviert oder wirklich komplett umgebaut wurde. Hat eine richtig tolle neue Innenarchitektur bekommen und da wird am 5. Mai die Eröffnung sein. Vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, Archiv der Avantgarden, was kann man sich darunter vorstellen, was kann man dort entdecken? Das ist wirklich eine riesige Sammlung, die von dem Sammler Egidio Mazzona zusammengetragen wurde. Und da sind nicht nur Kunstwerke aus den neuen Strömungen des 20. Jahrhunderts in der Sammlung, sondern auch alles außenrum, was mit der Kunst zu tun hat. Also wirklich Fotos von Performances, Postkarten, Briefe von Künstlern, Zeitschriften, Plakate, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Also unbedingt anschauen. Das ist wirklich ganz toll. Zweiter Satz, wenn ich frei habe, dann mache ich mit meiner Familie? Dann gehe ich mit meiner Familie zum Beispiel zu den Filmnächten am Elbufer, die ja immer in den Sommermonaten hier stattfinden. Und da kann man natürlich nicht nur Filme anschauen, sondern auch Konzerte oder Poetry Slam zum Beispiel. Und das immer wirklich super mit dem Ausblick rüber in die Altstadt, die beleuchtete Frauenkirche und so weiter. Genau. Riesengroßes Open-Air-Sommerkino direkt an der Elbe. Fantastisch, wenn es dunkel ist, dort zu sitzen, draußen was essen, was trinken. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, hast du so ein Lieblingsgenre? Vielleicht, ich habe es überlegt, so etwas wie Mission Impossible oder James Bond, so Kunstraub. Oder sagst du sowas erst recht nicht, weil ich arbeite hier mitten im historischen Schloss? Ja, doch, tatsächlich schaue ich mir solche Sachen sehr gerne an, um dann auch zu schauen, ob das alles realistisch ist, was es natürlich nicht ist. Aber ich schaue mir tatsächlich gerne sowas wie Mission Impossible an oder wo irgendwo eingebrochen wird. Nicht unbedingt Museen. Das ist ja total spannend. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du sagst jetzt, nee, um Gottes Willen, ich will das gar nicht sehen. Das wäre so Worst-Case-Szenario, dass hier jemand einbricht. Aber du guckst dir an, wie sie es machen, damit es hier nicht passiert. Genau. Wenn nicht zu Hause, dann schlafen Gäste gerne? Im Taschenberg-Palais zum Beispiel, das hier direkt gegenüber ist und ja jetzt gerade neu umgebaut wurde oder jetzt im Februar wieder eröffnet hat. Und wir haben mit den Kollegen auch schon mal reingeschaut und das sieht wirklich komplett anders aus als vorher, aber wirklich total schick. Bisschen moderner vielleicht als vorher, aber wirklich. Ich habe es gar nicht wiedererkannt. Ich bin rein. Ich habe heute, bevor wir uns getroffen haben, mal reingeschaut. Ich habe es überhaupt nicht wiedererkannt, aber es ist so schön geworden. Du hast gerade gesagt, stilvoll, modern. Dann gibt es so digitale Kamine. Das ist alles auch. Es gibt so ein paar Separe-Ecken, wo man so auch ein bisschen sitzen kann. Und warst du in der hauseigenen Patisserie? Nee, war ich noch nicht. Also die entdeckt man nicht gleich. Da muss man so, wenn man reinkommt, links sich halten. Und da gibt es selbstgemachte, ganz tolle Törtchen. Zum Beispiel habe ich gesehen, hatte mir der erklärt, das sind so Herzen, rote Herzen mit so ein bisschen Blattgold oben drauf und weißer Schokolade. Das klingt wahnsinnig lecker. Also du hörst, wo ich heute noch hingehe. Genau. Wenn wir fertig sind. Gehe ich vielleicht auch noch mal hin. Ja, das ist das Café Amalie im Taschenbergpalais. Also sehr, sehr, sehr hübsch geworden. Was ist dein Lieblingsort für einen Wein? Mein Lieblingsort für einen Wein ist Weine mit Weitblick, was vom Winzer Lutz Müller beim Schloss Albrechtsberg hier in Dresden ist. Also richtig an den Elbhängen oben in den Weinbergen drin und man kann da am besten auf dem Elberadweg mit dem Fahrrad hinfahren. Dann gibt es da in der großen Mauer eine kleine Tür, wo man durch eine Treppe dann durch die Weinberge hochläuft und oben ist dann wirklich eine tolle Terrasse, wo man dann Wein trinken und einen Flammkuchen essen kann und wirklich einen tollen Ausblick übers Elbtal und über die Stadt hat. Sehr schöner Insider-Tipp. Wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt den Studiensaal im Kupferstichkabinett besuchen. Das wissen viele gar nicht, dass wir nicht nur einen Ausstellungsbereich haben, sondern auch einen Studiensaal. Es gibt eine kleine Hürde, man muss an der Tür klingeln, aber es wird wirklich von sehr freundlichen Mitarbeiterinnen geöffnet und dort kann man sich wirklich fast alles aus unserer Sammlung aus dem Depot holen lassen. Wenn man sich zum Beispiel für einen bestimmten Künstler interessiert oder für eine bestimmte Epoche, dann kann man da vorbeikommen und bekommt dann die Sachen vorgelegt und kann sich da wirklich ohne Rahmen, ohne Glas und bei freiem Eintritt ganz in Ruhe die Werke anschauen. Aber man braucht einen Termin? Nee, man braucht keinen Termin. Wenn man wirklich viel sehen will, freuen sich die Kolleginnen, wenn man vorher mal eine E-Mail schreibt. Aber der Studiensaal hat eigene Öffnungszeiten, die sind auf der Website zu finden und da kann man auch gern spontan vorbeikommen. Und wenn man Fragen hat, die zum Beispiel mit der Restaurierung oder mit dem Zustand der Werke zu tun haben, dann können unsere Kolleginnen auch uns in der Restaurierung anrufen und wir kommen dann auch gern dazu und beantworten ein paar Fragen. Das ist tatsächlich was, was ich noch nicht wusste, dass das möglich ist. Ich dachte, man braucht einen Termin. Deswegen ist es toll, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich kann es nur empfehlen. Ich habe es heute bei dir erleben dürfen, Kasper, da wird Friedrich so nah, selber anzuschauen und zu erleben, ist wirklich einmalig. Bevor wir zum Ende kommen, wollte ich dich mal fragen, der eine oder andere nimmt ja seine Arbeit mit nach Hause, das kannst du natürlich nicht, die Bilder mitnehmen. Aber träumst du manchmal von deinen Bildern? Oder wenn du eine besonders schwierige Restaurierung machen musst, dass du da überlegst zu Hause und in den Träumen, wie mache ich das? Ja, also einerseits ist es natürlich, wenn man was Kniffliges macht und man ist noch nicht so richtig dahinter gekommen, was der beste Weg ist, dann überlegt man da abends noch weiter. Oder aber auch, wenn man zum Beispiel eine Arbeit macht, die besonders lang dauert und man ist stundenlang dabei, irgendwie eine Verklebung von der Rückseite abzulösen, dann macht man das so im Schlaf immer noch. Ja? Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel lange beim Radio gearbeitet und ich kann nie wieder normal Radio hören. Ich höre immer so, wie ist die Moderation gewesen? Wie ist der Song? Wie ist es bei dir, wenn du durchs Museum gehst? Kannst du noch ganz unbefangen dir die Bilder anschauen? Nee, auch nicht. Unter Kollegen machen wir oft Witze darüber, dass wir in anderen Museen, wo die Aufsichten uns nicht kennen, immer total verdächtig aussehen. Warum? Weil wir immer besonders darauf achten, wie die Sachen irgendwie befestigt sind. Also wie ist eine Zeichnung im Passepartout montiert oder da ist ein Buch ausgestellt. Man schaut sich dann unten drunter ganz genau die Buchstütze an, die da angefertigt wurde. Dann denken die, ihr wollt klauen. Ja, also man merkt schon manchmal, dass man sehr aufmerksam dann von den Aufsichten beobachtet wird, weil die sich wahrscheinlich fragen, was wir da uns so genau anschauen. Genau. Bist du schon mal angesprochen worden? Angesprochen tatsächlich noch nicht, aber man merkt die Blicke. Man merkt die Blicke. Das war so spannend. Vielen, vielen Dank, Johanna Ziegler, dass wir heute mal in deine Welt mitkommen konnten, in die Papierrestaurierung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Alle Infos zur heutigen Folge und wo ihr natürlich auch das Kupferstichkabinett findet, in den Shownotes oder unter visit-dresden-elbland.de. Bis zum nächsten Mal. Nun gucken wir mal da. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.